Ihr erinnert euch bestimmt noch an die GymGardenFit 2.0 von Gymtastic. Die hauen noch heute einen richtig drauf, denn mit dem Code JULIANDEAL spart ihr 40% und dürft euch einen von vier gratis Geschenken aussuchen. Zum Beispiel diesen Rückentrainer hier. Also checkt das unbedingt mal ab und schaut vorbei. Vielen Dank.